Hey, Puppe, steck mal ein! Hallo? Steck mal irgendwie fern rum! Wohin denn? So, Vlog, bisschen rumfahren! Ich wollte eigentlich nur kurz meinem Vater schreien, um zu schlafen zu gehen, aber fünf Minuten habe ich! Okay, stark! Wie geht es dir? Sehr gut, wie geht es dir? Wie heißt du? Ich heiße Laura! Laura? Ja! Okay, wir spielen ein Spiel, okay? Du stellst mir eine Frage, ich stelle dir eine Frage! Okay, du darfst anfangen! Nee, fang du an! Nee, du! Nee, fang du an! Wie heißt du? Big Sosa! Big Sosa! Was ist dein Bodycon? Oha, was sind das für Fragen? Wie das? Was fragt man einer Frau nicht? Und? Dass, äh, sehr eine persönliche Frage ist! Was, äh, ähm, wie heißt du? Immer noch Laura! Ey, Jo! Ich, ich hab die Idee der Ideen, Mann! Ihr könnt alle meine Eier lecken! Alle meine Eier lecken! Er ist vor mir in einem Heli! Er ist vor mir in einem Heli! Ich hab mir hier explodiert und abgeht! Nein, Mann! Nein, Mann! Leck meine Eier! Und sag dem Typen, dass er meine Eier lecken soll! Wer denn? Äh, also, sorry, tut mir leid! Ähm, ich war am Telefon! Achso! Ähm, guck mal, hast du einen Freund? Nein! Ich war verheiratet! Ich hatte! Du warst verheiratet? Ja! Ja, scheiß auf ihn! Jetzt hast du mich, Mann! Gib mir mal den, Mann! Chat, wie hieß die Nummer? Eins, zwei, zwei, vier, sechs, sechs! Eins, zwei, zwei, vier, was? Vier, sechs, sechs! Vier, sechs, sechs! Okay! Was sind denn so deine Interessen an Männer? So, weißt du, so optisch gesehen? Der Charakter ist das Wichtigste! Charakter ist das Wichtigste! Ja, genau so, 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 äh! Bei mir ist es genau gleich so geil! Okay, okay! Jetzt wieder deine Frage? Ähm, was sind deine Hobbys? W-was? Deine Hobbys! Meine, meine Hobbys? Ja, erzähl mal, was machst du gerne? Ach so, ähm, äh, Basketball spielen, manchmal Weed smoken, dann, äh, das mach ich noch so. Ähm, ja, ich bin relativ, äh, ja, ich bin, ähm, viel am chillen mit Kollegen. Das ist ja schön, chillen mit Kollegen, das ist immer sehr wichtig. Ja, oder? Ja, oder? Äh, Laura, wir hätten so wirklich ein schönes Mädchen, ich muss es leider hier ablassen. Ja, alles gut. Alla wieder. Okay, ciao. Wo ist der? Hat der, hat der, hat Brennenberg einen? Hast du's gepackt? Nein, Bruder, hast du schnell weggeflogen. Ja, Ram, was machen wir jetzt? Ja, Ram. Ich übernehme ab jetzt, man leckt meine Eier. Und wie machst du das? Nee, nur meine Eier leckst. So, wo ist Kevin? Ich lass sie, ich lass dich doch nicht laufen, steig da hin. Ich fahr dich zurück. Das ist sehr lieb, vielen Dank. Völlig, ich bin ein Gentleman. Sehr, sehr nett. Was ne Teamarbeit von euch, ist ja wirklich krass, ne? Schönes Auto hast du. Ja, oder? Kind kennst, kennst du? Natürlich. Geil, oder? Beste. Ich hab' Kopfschmerzen. Moment, so. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Pass auf dich auf. Ja, kein Ding. Schick mir Bilder von deinem Bademantel. Ich hab' dich, ich hab' dich, ich hab' dich. Ey, warte, oh, sorry, 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 so. Ey, ist Kevin da? Hallo. Ist Kevin da? Ich gehör' nicht zur Immobilie, alter Asch. Ich hab' grüne Hose, ne? Oh, egal. Ey, ey, komm, was steck. Ich kann's dir nicht sagen. Ich bin kein Immobilier. Steig ein, ich fahr' dich zum Kleidungsland, wenn du dann willst. Boah, dann machst du das in Osirikim Teilungsland? Yeah. Dankeschön, Alter. Was klappert denn so? Deine Zähne, oder was? Ja, Mann. Was geht? Wer bist du eigentlich? Big Saucer. 37,14 Zentimeter. Alter, geisteskrankt. Bist du in der Familie, oder Zivi? Ne, ich bin Zivi. Es ist ein Auto, ja? Das ist mein Auto. Geil. Dankeschön, Dankeschön. Ey, warte, warte, deine Nummer. Ja, deine Nummer. Wie bitte? Deine Nummer. Wie, meine Nummer? Ja, deine Nummer. Gebe ich nicht weiter, meine Nummer. Warum? Wie, warum? Bist du Zivi? Äh, ja, so halbwegs ja, momentan ja. Ja, ich brauch deine Nummer. Wofür? Für Geschäfte. Was für Geschäfte? Ich mach keine Geschäfte. Ja, aber es ist immer gut, sich zu vernetzen, oder nicht? Na, na, na. Wie, na? Ja, ich geb meine Nummer leider trotzdem nicht weiter, ja. Dann fick dich, Schlampe. Oh. Kevin. Oh. Oh. Hey, motherfucker. Was willst du, Scheiße, Alter? Ja, ja, ja. Ja, nehm mich, nehm mich, nehm mich, nehm mich. Ja, nehm mich, nehm mich, nehm mich. Hau rein, hau rein, und ja, 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 ich brauch nur Leidkoks, ich brauch Krooks, ich brauch Krooks, ich brauch Krooks. Wir sind auch wie eine Türke, Frau, Labe, Hirse, ihr habt mal kleine Fett, nur noch ein Arzt, wie ein Fertig. Lange schwarzes Haar, ihre Lippen. Oh Gott, da haben wir alle Lippen gespritzt. Ey, Homie, wo bist du, wo bist du, Homie, wo bist du? Oh, ich mach Kopfschwarz. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Ey, ich hau dich ab, ich hab voll das geile Ding geplant, Homie. Was hast du geplant? Homie, wenn du weißt, Alter, 15 Chayas, 15 Chayas, Homie, komm vorbei. Ey, ich hau dich ab, man. Ich hau dich ab, Homie. Er schreit um 23 Uhr, er braucht Koks. Was denken meine Nachbarn eigentlich? Steck ein, Homie, steck ein. Wir müssen schnell los, sonst wär'n nicht wieder trocken. Kein, kennen wir. Wohin wär' wir trocken? Homie, die ganzen Bitches. Weißt du, was ich geplant hab, Homie? Kann das sein, dass wir wie, wo 500 Bütze ist, wie? Homie, kennst du diese VW-Werbung von damals? Juppie, 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 Juppie. Yeah, Homie. Ne, das war doch Bauhaus, Homie. Keine Ahnung, man. Hör mir zu, man. Ja. Ich brauch was. Was brauchst du? XXL-Kondon, Homie. XXL-Kondon, willst du ihn übern Kopf ziehen, oder was willst du da denn machen? Nein, Homie. Ich habe das auch schon mal gemacht, Tommy. Ich war im Hotelzimmer, ich habe den Kondom über den Kopf gezogen. Und dann habe ich diesen Duschkopf in den Kondom reingesteckt. Da war mein Kopf so groß. Oh, geil. Ja, für was brauchst du das? Tommy, ich will keine Krankheit nehmen. Ah, verstehe. Okay, das ist auch wichtig, stimmt. Da war ja was. Und wo soll ich dir jetzt welche her besorgen? Hast du keine? Nein, ich mache immer ohne. Ja, ohne und von hinten. Also, Arsch. Kann nichts passieren. Ja, ohne und Arsch. Du musst am Anfang, soll ich dir mal kläppen? Also, du musst deinen Daumen da reinstecken, Arsch. Und dann ein bisschen drehen. Und dann ist das ein bisschen gedreht. Und ja. So. Warum hier nicht so meins, man, möchte ich sagen. Nicht so deins? Ich weiß nicht warum, aber er ist nicht so meins, man. Okay. Kondom habe ich auf jeden Fall nicht. Scheiße, man. Ich habe auch ein Problem, Alter, man. Was für ein Problem? Ich glaube, ich habe Hepatitis oder so. Irgendwas an meinem Penis. Hepatitis? Ja, irgendwie sowas. Ist das nicht am Penis? Oder Herpes am Penis, glaube ich. Tommy, Herpes hast du an den Lippen oder so? Hast du Herpes am Schwanz? Tommy, komm, 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 die sind schon feucht, Tommy. Komm mit. Jetzt ist mal, wenn du so lange weg bist, Tommy, veränderst du dich. Nein, 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 Tommy. Vertrau mir. Nicht, dass du bald eine Muschi hast. Okay. Ey, bist du noch zwölfer? Was? Bist du noch zwölfer? Tommy, wer sonst, wenn nicht ich, du Vollidiot? Du Vollidiot. Wer sonst, wenn nicht ich? Was? Ich mache Spaß, Tommy, Mann. Ey, komm mit, komm mit, ich zeige dir die Bitches. Warte, warte, du kleiner verfickter Wichser, Alter. Was war das für ein Kimmo und Korn? Was war das für ein langes Ding? Nein. Ha? Nein. Ich kann erst nicht witzig. Willst du doch lieber ein Kondom in deine Waffe einpacken? Du kleiner verfickter Wichser. Du hast mich gerade hierher geschleppt, um mich einzupacken. Nein, Tommy. Nein, Mann. In den Dates habe ich die Unlocken. Kleiner verfickter Wichser. Was war gerade deine Mission? Homie. Was war deine Mission? Du bist, was ist passiert? Was ist, erklär. Erklär. Und ich bin sogar so gutmütig, um probier dir zuzuhören. Wenn da gerade eine gute Erklärung ist, dann lass dich in Ruhe. Guck mal, ich zeige dir, was ich rausholen wollte. Für die Bitches, Mann. Du wolltest eine Waffe für die Bitches rausholen? Ja, die schieb ich dir in den Arsch. Und die Hälfte von deinem Satz konntest du nicht beenden, weil die Waffe wieder in den Arsch reingesteckt worden ist. Nein, Mann. Du wolltest sagen, hier die Hände hoch, du kleiner Wichser. Homie, ich wollte das Ding in den Arsch, weißt du? Warte mal, Bitcoin ruf mich an. Hallo. Hey, brah, wir sind fertig, Bruder. Sind wir fertig? Alles geritzt, alles geritzt. Bra, was regeln wir? Mit wem redest du hier, brah? Okay, okay, hau rein. Bis gleich, brah. Ach, mein Bruder sei Tag 1, Alter, ja. Das ist deine Ausrede? Soll ich dir sagen, ja, ja? Nein, 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 mein Bruder sei Tag 1, Mann. Ich sage dir, ich habe dich vermisst, Homie, Alter. Ich steche auch, Mann. Ich steche auch, aber was soll das mit der Knarre? Homie, das war nichts mit der Knarre. Auf welche, auf welche, was ist das mit der Knarre? Spiech schon. Das war nichts mit der Knarre, Mann. Das war nichts mit der Knarre. Erzähl mir, was passiert, als ich weg war? Was ist nicht passiert, Homie? Was ist nicht passiert, als du weg warst? Die Welt hat sich wieder umgedreht. 180 Grad. Echt? Ja, und ich sage dir, du fehlst mir. Ja? Du fehlst mir, ja, Homie. Du fehlst mir auch, Homie, also. Unsere abendlichen Stunden, wo ich so ein bisschen meinen Penis an den Arsch reiben konnte, waren so geil. Komm her. Scheiße. Was ist das? Den Kashi ist Kassel, oder? Mir wächst jetzt hier geht auf. Na ja, dann probier da nochmal. Warte, 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 warte. Komm, komm doch nicht. Ja. Bleib da. Okay. Okay, Mädels. Ihr könnt kommen. Ja, warte, zieh dich noch an, zieh dich noch an. Soll ich mich ausziehen? Ja, zieh dich schon mal raus, Homie. Okay, okay, warte. Okay, Mädels, mach doch... Warte, 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 noch nicht, noch nicht. Warte. Ja. Warte, warte. Jetzt. Okay, Mädels. Ihr könnt euch schon langsam ausziehen. Ja. In zwei Minuten kommen sie, ja? Oh, yes. Zwei Minuten noch, Kevin. Meine Beine sind bereit für euch, Mann. Zwei Minuten noch. Kommt her. Ich habe mich heute extra rasiert. Hält den Schott aus. Zwei Minuten noch. Alles benutzt. Ich habe keinen Schuppen mehr. Ja. Oh, yes. Oh, yes. Du Hure, du Schlampe. Du kleine Schlampe. Du Schlampe. Der wurde so geknallt. Okay, was geht ab, Jungs? Wisst ihr, was ich dachte? Okay, Jungs. Was machen wir als nächstes? Also, ich muss... Was? Geht schlafen? Okay. Was ist los? Wir gehen jetzt in Velo, ne? Habt ihr Account geklärt? Unsere Zweitaccounts, meinst du? Die wir sowieso schon haben, ja. Ja, 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 ja. Okay. Ja, ja, mach Shoutout an Youssef. So ein geiler Typ, Real Talk. Ey, wie geil war bitte... Wie geil war bitte gerade... Äh... GTA? Ich habe es übergefeiert. Das war übertrieben lustig. Ich weiß, warum Amu sein Handy auf... Äh, äh, Dings hatte? Weil er gesagt hat, wir sollen ohne Telefonkontakte arbeiten. Hä, warum? Ja, habe ich... Bruder, wir hätten die Regeln besser festlegen müssen. Das war alles Kommunikationssache. Deswegen habe ich extra gefragt, neuen Steam-Account, ja oder nein. Digga, ich fand... Ich fand, GTA war gerade so lustig, ne? GTA war gerade so... Ja, aber er sagt, weil du die Leute kanntest, angerufen hast, dies und das. Verstehst du? Ja, ist ja auch logisch. Okay, Jungs. Ey, wollen wir nicht lieber in Minecraft reingehen? Bruder, bitte... Guck mal, Minecraft, lass uns das ganz spät machen. Nein, weil für Minecraft brauchst du Konzentration, Bruder. Nein, für Veilo brauchst du richtig Konzentration. Ja, für Minecraft auch. Okay, Bruder, hör zu. Oh, Brass! Abo und ich, wir sind Veilo wirklich schlecht, ne? Wir haben jetzt die Möglichkeit, Veilo ein bisschen so aufzuholen, mitzuziehen. Bruder, ihr werdet sowieso scheiße sein. Lass uns Minecraft rein, vertrau mir. Ey, Jungs, warte, warte ganz kurz, Rohrhardt. Ja. Er macht die ganze Zeit schnell, deswegen Veilo, er will jetzt Minecraft. Ich krieg die Kine. Chillt doch mal, Jungs, Bruder, ist doch alles in Ordnung. Hört ab, Bruder, Rohrhardt. Warum, warum hab ich, ich bin noch easy-gang und ich dachte, jeder guckt einfach, wie er ein Zwölfer empführen kann. Hätten wir alles zu dritt die ganze Zeit gemacht, wäre es viel schwerer gewesen. Deswegen hab ich, und hör zu, Bruder, warum ich mein Handy nicht benutzen wollte, ich wollte die Mr. Bitcoin-Kontakte nicht anrufen, äh, machen. Digga, Breitenberg ruft an und dann sagen die, ja, Breitenberg hat mich gerade angerufen, der will sich treffen. Ach, Digga, das ist Kacke. Abo, bevor du nur etwas in den Raum stellst und deine Gegenüberseite wieder nicht zuhörst, hör ganz genau zu. Erstens, hab ich dich gefragt, neuen Steam-Account, ja oder nein? Du meinst, ach, brauchen wir nicht, wir machen das schon. So, ich bin reingegangen, ich hab mich nie mit neuen Steam-Account angemeldet, ich hab Budo Double G gemacht, anderen RP-Charakter. Natürlich erkennen die Leute mich an meiner Stimmung. Mots, könnt ihr Abstimmung machen? Ich hab vorher gefragt, wie wollen wir das machen? Ich verstehe deine Punkte, hast du gut gemacht, aber das sind einfach Kommunikationsfehler. Minecraft oder Veilo, mach mal eine Abstimmung. So, Bruder. Bruder, du bist echt komisch, Abo, wallah, ich rede gerade vernünftig mit dir und du hörst einfach nicht zu. Okay, Bruder, ich muss Liegestütze machen. Ja, richtig respektlos. Das Problem ist, du redest immer echt zu viel, Bruder, ehrlich. Bruder, du hast gerade was in den Raum gestellt und ich antworte dir da drauf. Ich hab kein, du redest zu viel. Ich war neben den Leuten von MG13, die meinten, Breitenberg ruft an, die müssen sich mit uns, äh, muss sich mit mir treffen. So, genau so. Okay, Jungs, startet schon mal Minecraft. Wirklich, wirklich Minecraft? Ja, ja, vertraue mir. Wie, jetzt nicht, weil wir ernst? Ja, lass Minecraft, kommt. Ich hab sogar eine Abstimmung gemacht, die Leute haben da Bock und wir werden ernst gebrochen, wenn wir das später, wenn wir das später auf Lash machen, ist vorbei, Jungs, das wisst ihr selber. Ich sage, ich sage sogar, wenn wir später, warte, ey, warte, wollen wir nicht jetzt noch einmal eine Fortnite-Runde versuchen? Nee, das können, lass sie jetzt in Minecraft. Das wär das letzte, Bruder, das wär ein Spiel, was abgehackt wär. Für eine Runde, wenn wir nicht schaffen, gehen wir Minecraft. Nee, guck mal, guck mal bitte, Gruppe. Da steht einfach original wieder nichts, Dicker. Warte mal, weil ich jetzt reinschreibe. Guck Gruppe und dann schreibt er. Da steht einfach original wieder nichts. Ich würde gerne die Shooter-Spieler durchhaben oder bei ihr loten. Ja, okay, ich verstehe, was er meint. Okay, also jetzt Minecraft? Ja. Ah, Minecraft. Okay. Okay, 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 cool, cool. Okay, warte kurz, Fabo hat mir einen Server geschickt. Warte mal, was haben wir jetzt, Chat? Wir haben nur drei Spiele? Haben wir drei Spiele oder haben wir mehr? Wir haben nur drei Sachen grün. Fortnite noch ein Spiel? Fabo hat mir auch einen Server geschickt. Nein, Party Animals haben wir auch schon. Ja, Party Animals. Okay, startet. Welche Dings hast du jetzt? Welche Dings hast du jetzt, Pinguin? Welche... Wir haben vier Spiele, Chat. Sollen wir dieses 1.24 starten oder sollen wir das von Eri Geller Cup-Stimmen-Modus starten? 1.21. Wir haben einen Server in vier Tagen, ja. Also Curse Forge meinst du, Rod? 1.24. Also so wie immer, so wie FitnaCraft. Ja, genau. 1.24. Okay, wir gehen rein. Jetzt wird's anstrengend. Jetzt wird's richtig anstrengend. Aber wir geben jetzt eine andere Server-IP-Adresse ein, ne? Was ist das Ziel, Minecraft einmal durchzuspielen? Oder das wird uns jetzt richtig brechen mit Minecraft. Ich sag's euch mal. Warum? Warum? Nein, das wird nicht... Ich glaub, das... Ich glaub, das... GKH 12 war aktualisieren, macht mal rein. Ich glaub, das war einfach, Abu. Ein bisschen Farm und dann, äh... Ruat macht doch mit uns den Boss. Also er macht den Boss und wir carry'n nur. Also wir chill'n nur. Ja, ihr dürft einfach nur nicht sterben, Jungs. Das ist das Wichtigste. Mehr müsst ihr nicht machen. Ihr müsst einfach... Ihr dürft nicht sterben. Okay, ich hab ne IP. Ihr müsst die... Nicht liegen. Ja, okay. Vollcam. Ruo guckt von mir alles wieder zurück. Warte mal, wir dürfen gar nicht sterben. Von Anfang bis Ende? Digga, du hast... Dein Server funktioniert nicht. Pingu. Abo, wir dürfen auch nicht von irgendwo runterfallen und sterben, weißt du, ne? Ja. Boah, lecker, ey. Ich spiel die... Fox Eleven, ja, hab ich jetzt keine Zeit drauf. Okay. Nicht auf, erst am liebsten. Leute, lass uns nicht drüber diskutieren, welche Spiele. Ich bin schon mal drauf. Ich schick in den Discord die IP rein, ne? Hier, privater Chat in den Discord. Also oben rechts auf Kreis gehen, ne? Genau. Nicht die IP linken. Bitte. Okay. Okay. Aber ganz kurz, nur... Nur für die Regeln, Roat. Was, wenn ich jetzt sterbe? Müssen wir alles wegwerfen und komplett von vorne runterkommen? Danke. Wenn du stirbst, müssen wir... Reset machen. Müssen wir Reset machen. Krass. Schon ein harter Bruch. Okay, kommt ihr rauf, Jungs? Den IP. Server klappt auch. Das ist Fabo sein Server. Alles gut. Wo hast du es reingeschickt, Roat? Privater Chat in den Discord. Aktualisieren. 12er entführt. Das macht Roat. Das ist ein Ding, Sir. Okay, warte. So, genau. 12er entführt. 12er hinzufügen. Ich sehe es im Discord nicht. Ich sehe es auch nicht. Müsstet ihr eigentlich sehen, aber hier. Ich schicke euch nochmal privat. Ah, jetzt habe ich sie, jetzt habe ich sie. Okay, let's go. Okay, warte. Ich weiß, Verfolgungsdark Chat, aber es macht jetzt keinen Sinn, diese zu sehen, wenn wir in Minecraft sind. Aber das ist, Roat, bei mir ist das grau. Da steht Fitna 2.0. Ja. Verbindungsfehler. You are not all waitlisted on the server. Nein. Connection Trottelet. Please wait before reconnecting. Warum waitlistet er uns nicht? Ich komme auch nicht rein. Achso, warte, ich habe OP. Du kannst die anderen waitlisten. Abo, wie heißt du? AboGoku1, Bruder. So wie immer. Abo, Gu, Gu, Gu 1. Aha. Äh, A oder B, A oder so groß? Ich glaube nicht. A groß, ne? Ad. Okay. Okay, Breitenberg, wie heißt du? Bin drin. Bin drin. Warte mal, warte mal, warte mal. Bin drin. Sag mal, wie du heißt. Breitenberg, 3, 1, 6, 6. Breitenberg, 3, 1. 6, 6. 6, 6. Dieser Spieler existiert nicht. Lass. Ja, aber Bruder, das steht oben rechts bei meinem Minecraft-Launcher. Wie ist sein Name richtig, Chad? Ich starte gerade Minecraft, warte. Wir spielen Minecraft durch, das ist das Ziel. Ohne zu sterben. Ja. Nein. Bei mir ist... Wir haben, ja, Digga, ich check auf. Wir haben einfach in unserer Bruchstelle gerade zusammen alle über 25.000 Zuschauer. Mach mal, mach mal, mach mal. So geistkrank. Äh, komm rein, äh, Breitenberg. Ich hab Waitlist aufgemacht. Komm mal schnell rein, bitte. Einfach reingehen? Ja, bitte. Einfach auf den Server. Ja, ich komm, ich komm. Komm. Da, Breitenberg, 3, 1, 6, 6. Sag ich doch. Bist du drin? Ich starte gerade neu. Nein, nein, ich starte gerade neu. Warte. Boah, dieser Typ. Was heißt durchspielen, Digga? Ja, bis Enddracher besiegen. Kann man nicht, ähm... Kann man nicht Tag machen, Chad? Slash... Slash was? Ich bin drinne. Ich kann Rohrhardt gar nicht hauen. Weitweg auch nicht. Warum? So besser. Digga, bei mir unten links ist einfach so eine Steckdose. Ey, was ist das? Ey, was ist denn jetzt los? Okay, hä? Wo bist du? Warte mal. Was ist passiert? Achso, bist du gekickt worden? Ja, ich bin gekickt worden. Okay, warte mal. Komm mal nochmal auf. Warte mal, wie heißt du nochmal? Wie heißt du nochmal? Breitenberg. Breitenberg 3166. Du heißt einfach nur Breitenberg, Digga. Nein, Bruder. Mein Minecraft-Launcher steht oben links. 3166. Mann, Bruder. Komm jetzt einfach auf. Breitenberg. Du musst was, wie du hier drinne IC heißt. Breitenberg mit großen Räumen. Okay, wir legen los, Jungs. Komm mit. Okay, was heißt das? Holzfarben. Ich muss mal so Steinsachen machen und so. Nicht bei mir, am besten anderes Holz. Tami, ich gehe ganz kurz auf Toilette. Okay. Tami, ich gehe ganz kurz auf Toilette. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.